Hallo und herzlich willkommen hier beim Museumstalk und zwar zur Fortsetzung des Gesprächs mit Frau Dr. Ellen Halitius Glück. Ihr habt im ersten Teil bereits etwas über ihren Werdegang, ihren Bezug zur Mathematik und zur Weberei und auch kurz etwas über ihr aktuelles Forschungsprojekt Penelope erfahren. Was ich mich jetzt aber schon die ganze Zeit frage, der Name Penelope, das ist ja die Frau von Odysseus, so habe ich das zumindest in der Schule gelernt. Ist sie denn auch die Namensgeberin des Projektes oder ist Penelope ein Kürzel für etwas ganz anderes? Es ist so, dass wir für EU-Projekte sogenannte Akronyme bilden müssen. Das ist normalerweise sind das die ersten Buchstaben des Projekttitels hintereinander, was immer einen ziemlichen Buchstabensalat ergibt. Es gibt so eine Art Sportunterforschern, daraus irgendwelche Wörter zu bilden, die dann auch mit dem Projekt nichts zu tun haben. Und dann habe ich gedacht, ich nehme einfach den Namen Penelope, weil der Vorlauf hier durch die Ausstellung Museum für Abgüsse, die rekonstruierte Statue, der Zusammenhang war da. Und Sie als Wissenschaftlerin, welche Fragen stellen Sie sich innerhalb des Projektes? Also die wichtigsten Fragen sind zunächst einmal den Unterschied zu unserer Weberei heutzutage, auch der heutigen Handweberei herauszustellen. Sie sehen, dass der Webstuhl aufrecht steht und Gewichte hat. Das heißt, er hat eine konstante Kettfadenspannung, was man auf einem horizontalen Webstuhl nie hat. Das ist viel schwieriger. Es gibt Vorteile, es gibt Nachteile. Durch dieses Band, was da drum gewebt ist, haben sie eine größere Herausforderung, die Muster passend zu machen. Haben aber eben auch die Möglichkeit, verschiedene Techniken zu kombinieren. Also die Technik, das sehen Sie hier an diesem Ding, für diese Borten, das ist Brettchenweberei. Und das Stück mit den geflügelten Figuren ist auch Brettchenweberei. Ich glaube, das sind etwas über 100 Brettchen in der Breite, die ich da verwendet habe. Und so eine Kombination können Sie auf einem modernen Webstuhl eigentlich nicht machen. Diese Unterschiede wollen wir herausarbeiten. Also was bedeutet das für das Gewebe? Dann aber auch für die Übertragung in diese anderen Gebiete. Die Charakteristika exakt, die dann übergehen auf die Mathematik oder die Musik, sowohl in der Terminologie als auch im Konzept. Also jetzt nicht, wie soll ich das sagen, nicht als Metapher, sondern wirklich als eine technische Vorstellung. Das führt auch dann dazu, dass wir uns fragen, wie verschiedene Kulturen ihre Weberei kodieren. Also diese Muster. Ist das wirklich nur im Kopf memoriert? Memorieren Sie über Musik? Das kommt relativ häufig vor. Memorieren Sie auf andere Weise? Schreiben Sie? Das findet man ganz selten. Also schreiben findet man ganz selten. Und da kommt eben ins Spiel, dass wir uns auch anschauen, was wird in Indien gemacht, was wird in Südamerika gemacht. Wir hatten eine bolivianische Weberin hier, Museum für Abgüsse, die hier sechs Wochen gearbeitet hat und griechische Muster dann gewebt hat mit der Technik dort. Und das Interessante war, die Muster ähnelten sich sehr mit denen in den Anden, aber wir konnten unsere Technik nicht auf die Reihe bringen. Also die mustern über die Farben in der Kette, während wir meistens über die Farbe im Schuss mustern. Und wir haben gedacht, das ist doch eigentlich nur 90 Grad gedreht und waren trotzdem nicht in der Lage, jeder den anderen Webstuhl zu benutzen, um damit zu mustern. Also auf solche Fragen gucken wir. Haben Sie denn auch Entdeckungen gemacht, die Sie verwundert haben, mit denen Sie nicht gerechnet hätten? Ja, für mich war das von Anfang an klar. Das war ein bisschen der Ansatzpunkt des Projektes, dass man die Komplexität der antiken Weberei unterschätzt. Das ist aber wahnsinnig verwunderlich, wie schwer das rüberzubringen ist. Also wie oft man immer auf die Idee stößt, die kompliziertesten Gewebe brauchen komplizierte Maschinen. Es ist genau umgekehrt. Die simpelsten Webstühle erlauben das komplexeste Gewebe. Das ist vielleicht ein schönes Beispiel. Das ist die berühmteste Darstellung der Penelope auf einem Skyphos, also einer Vase, die irgendwo in Italien gefunden worden ist. Und Sie sehen, dieses ähnliche Muster, wie es auf dem Gewebe ist, da hinten abgebildet. Es gibt einen Technikhistoriker, der im 19. Jahrhundert geschrieben ist, ein wirklich hervorragendes Buch über die antike Technik. Und der sagt, das hat sich der Maler ausgedacht. Das könnte man auf einem solchen primitiven Webstuhl niemals herstellen. Solche Aussagen werden dann aufgeschrieben und gelten sozusagen zitiert, gelten als Stand der Dinge. Und obwohl ich gesagt habe, das geht, muss ich den Beweis antreten sozusagen. Das heißt, ich musste mir die Technik aneignen und das herstellen. Und es hilft trotzdem nicht viel. Die meisten, also ich habe auch schon Leute erlebt, die gesagt haben, das hätte ich mit einer Maschine herstellen lassen und dann da dran gehängt. Sie arbeiten jetzt ja innerhalb dieses Projekts auch mit Forschern und Wissenschaftlern aus den verschiedensten Ländern und Bereichen zusammen. Was ist denn die Schnittmenge in Ihrer gemeinsamen Arbeit? Es sind alles Leute, die sich für die Weberei interessiert und das Wissen der Weber auch ernst nehmen wollen. Also genau das Gegenteil von dem, was ich gerade erzählt habe, dass man also nicht sagt, das kann gar nicht sein, sondern man sagt, das ist spannend, da müsste man eigentlich mal genauer hinschauen. Also historisch interessiert man sich für die Entwicklung des Geräts, aber selten für das Wissen, das dahinter steckt. Und das liegt daran, dass es eben schwierig formalisierbar ist. Und für diese, um auf diese Struktur dahinter so ein bisschen besser Zugriff zu haben, gab es dieses Vorläuferprojekt, Weaving Codes Coding Weaves. Ich war, fragen Sie mich nicht, warum, ich habe es heute nicht richtig verstanden, eingeladen worden zu einer Fortbildungsveranstaltung von Informatikern unter dem Titel Live Coding. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Das sind Leute, die machen Musik am Computer und die wird gleichzeitig live aufgeführt. Und der Code wird projiziert auf eine Leinwand. Dann tanzen die Leute dazu. Also da gibt es richtige Rave Partys. In England ist das sehr weit verbreitet. Und ich hatte mir gedacht, dass das vielleicht eine Methode ist, wie man besser verstehen kann, wie ein Weber Entscheidungen trifft, also binäre Entscheidungen sozusagen an diesem Gewebe. Und da habe ich eben zwei, also Alex McLean getroffen, der eigentlich die Live Coding Szene gegründet hat, mit dem ich jetzt arbeite. Und Dave Griffiths, der unsere kleinen Maschinchen, wir machen ja so kleine Maschinen, die simulieren Muster und kleine Roboter, die sollen sowas wie diese Tänzer der Antike. Also wir machen immer kleine Performances, um so ein bisschen unser Thema dem Publikum näher zu bringen. Da ist das eigentlich immer ein sehr guter Ansatzpunkt. Also das ist Alex McLean. Wir haben Giovanni Fanfani, der so ein klassischer Altphilologe ist. Also mit dem gehe ich die antiken Texte durch, die Terminologie. Der hilft mir bei den Übersetzungen. Viele Texte müssen wir neu übersetzen, weil man das Wissen über den Webschul braucht, um einen Text über den Webschul korrekt übersetzen zu können. Das sind immer so Fallstricke. Und dann haben wir noch Annapurna Mamidipudi, die ist noch nicht so lange dabei. Sie kommt aus Indien und übernimmt diesen Bereich des Codierens der Weberei in Indien. Wobei wir alle verschiedene Vorstellungen von Codieren haben. Und ich finde, diese Gräte, die Maschinen, die wir erfinden, das ist wichtig, um das zu kommunizieren. Also ich will jetzt nicht, dass jeder in seiner Disziplin bleibt und seine Begriffe dort weiterentwickelt, sondern dass man sich im Austausch anschaut, was da Sache ist und dann vielleicht auch was ganz Neues entdeckt. Wie können wir uns denn Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Oh, das ist zurzeit in Corona natürlich auch ganz anders als sonst. Normalerweise bin ich viel auf Konferenzen, stelle mein Projekt vor. Ich werde viel angefragt für Konferenzen oder Vorträge. Ich organisiere natürlich mein Team. Also im Moment sieht das so aus, dass wir jeden Morgen um zehn ein Online-Meeting haben und besprechen, was zu tun ist, was es Neues gibt. Gibt es für Sie denn in Ihrer bisherigen Arbeit auch ein Highlight oder einen ganz besonderen Moment? Also ich mag eigentlich die Momente, wenn wir vom Team alle zusammen sind und was vorbereiten, wie zum Beispiel so eine Performance mit diesem kleinen Roboter. Also ich kann gleich auch mal einen einschalten und ich hole mal den kleinen. Gerne, ja. Ich hoffe, er tut es jetzt. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, die Batterie aufzuladen. Ich nehme mal beide mit. Manchmal tut es immer einer besser. Auch die sehen aber ulkig aus. Ja, ich gebe Ihnen mal einen. Sie können sie nicht kaputt machen, da kann nicht viel passieren. Ich brauche nur meine Brille, um die Batterie da einzusetzen. Wie Sie sehen, haben die einen Körper aus brettchengewebtem Material. Ja, schick sind sie. Das liegt daran, dass sie sind dadurch sehr beweglich. Sie können nicht kaputt gehen und sie können diese ganzen empfindlichen elektronischen Teile halt gut draufsetzen. Moment. Ja. Also wir können die über WLAN steuern. Toll. Jetzt fällt die Batterie gleich raus. Ja. Wir sind inzwischen auch etwas weiterentwickelt und etwas schneller und laufen etwas präziser. Wir haben festgestellt, dass dieses Um-den-Mai-Baum-Tanzen, wo man ja im Grunde genommen die Tänzer Bänder verflechten zu einem bestimmten Muster, dass es das in fast allen Kulturen gibt. Und die Idee ist eben, im Herstellen geht man einfach viel tiefer in die Sache rein. Also wie hier, Dave Griffiths hat jetzt festgestellt, er braucht seinen 3D-Drucker gar nicht mehr. Das geht mit Textil und alles viel einfacher. Sie sind damals ja von Kopenhagen nach München gezogen, um am Deutschen Museum zu arbeiten. Was schätzen Sie denn so am Deutschen Museum, dass Sie dafür extra nach München ziehen? Ja, Kopenhagen war toll. Und dort an der Uni war, es war auch sehr, es ist vor allen Dingen ein Zentrum gewesen, das wirklich für Textilien zuständig war, wo man international viele Leute getroffen hat. Aber mir kam der technische Teil zu kurz. Also gerade diese Mathematik, ich konnte mit Kollegen dort nicht diskutieren. Und das ist natürlich im Deutschen Museum am Forschungsinstitut ganz anders. Sie haben Leute, die sich mit Technik und Wissenschaftsgeschichte, die jetzt nicht unbedingt gleich verstehen, was ich erzähle. Aber wo die Auseinandersetzung für mich eben sehr fruchtbar ist. Auch das Abgleichen, die können mir auch raushelfen. Ich bin ja keine ausgebildete Historikerin. Und wir haben am Deutschen Museum sehr gute Historiker, die man dann auch zu dem einen oder anderen mal fragen kann. Es gibt sehr viele fruchtbare Kooperationen über die Projekte hinweg. Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Und zwar würde ich gerne noch wissen, nach so langer Zeit am Deutschen Museum, gehen Sie denn da noch gezielt in gewisse Ausstellungen und schauen sich gewisse Dinge an? Ich liebe es, in die Ausstellungen zu gehen, um was Neues zu finden. Also im Augenblick, wie gesagt, ist die Textilabteilung zu. Ich stelle aber fest, wenn ich in die Luftfahrt gehe oder Schifffahrt, dieser Beginn der Luftfahrt, der Beginn der Schifffahrt ist undenkbar, ohne Stoffe und Seile und Schnüre. Also die Ballons sind aus Stoff, die Schiffe tragen Segel aus Stoff. Die gesamte Takelage, das ist eigentlich ein textiles Universum. Und es ist erst relativ spät, dass das völlig verschwindet. Haben Sie denn auch ein Lieblingsexponat? Meine Lieblingsobjekte sind eigentlich die Schiffe, diese frühen ägyptischen, wo man genau sehen kann. Das haben die Modellbauer auch wunderschön nachgemacht, wie klein diese Stücke sind, aus denen man das zusammensetzt. Und das müssen super gute Nähte gewesen sein. Liebe Frau Dr. Halicius Glück, wir sind schon wieder am Ende und ich danke Ihnen für Ihre Zeit und auch die Einblicke, die wir bekommen haben. Ich danke Ihnen auch. Es war ein sehr schönes Gespräch. Das freut mich. Es ist manchmal schwierig, die ganze Komplexität des Projekts so zu erklären, aber vielleicht ist es uns gut gelungen. Also ich habe auf jeden Fall viel Neues gelernt und ganz tolle neue Blickwinkel auch entdeckt. Und ich hoffe auch, dass für euch jetzt dieses, wie Sie es schon gesagt haben, sehr komplexe Thema, aber hochinteressante Thema etwas greifbarer ist. Und ja, beim nächsten Besuch im Deutschen Museum könnt ihr doch gerne mal in die Schifffahrt gehen und euch die alten Boote anschauen. Und bis dahin macht's gut und vor allem bleibt neugierig.